WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich hab hier ne Handtrennt. Handtrennt den mal, wenn du die Bremse drückst. Ja? Dann muss irgendwo hier ne Bremskling sein. Da brauchst du noch ein Abitur für das Auto, du. Hier hast du. Jetzt noch mal neu. Ja wunderbar. Und jetzt musst du los. An dem Schild vorbei. Das ist was für die Making-ofs. Dass wir ein Schwuchtel-Auto haben mit rosa Nummernschild. Ich filme im Prinzip mittlich habe ich diese... Also mittlich habe ich die Birke mit den vielen Stämmen. So jetzt mach mal hin, das soll ein Kurzfilm werden. Er merkt gar nicht, dass er den Gang sonst auch hat. Geht los. Nee, muss ja noch. Ja, aber mach ja nix. Jetzt läuft er auch noch genau auf den Zug. Los, pfft. Ja, ich geh da zum Baum. So, ich gehs los. Einer muss das hier richtig machen. Viel besser kann man den Cash eigentlich nicht anbringen, finde ich. Auch wirklich baumschonend. Die ganze Muggelherde auf Bestellung, ey. Besser hätten wir es gar nicht treffen können. Mit Hütehund, alles dabei. Dankeschön. Jetzt kommt dein. Jetzt hat er den Schreiber zugeklickt. Oh, da ist der Pedestempe drauf. Ich soll's da jetzt noch nicht rein schreiben. Das reicht dir ja, das Aufrollen, ja. Guck, wie ich das am besten mache. Ich möchte auch das Holz jetzt nicht in der Fresse haben. Sekunde. Muss ja eh neu ausholen. Ja, pass mal auf. Geil, hinter mir geht die Fontäne an. Ja, lass liegen. Ich zieh die jetzt schon raus. Diese wunderschöne Tüte. So, ihr dürft euch befummeln. Und schlaf nicht ein, es gibt einen kalten Arsch hier. Ich sehe alle Aus, die in der Stadt. Ich verstehe. Ich stehe das mal. Ich verstehe.